Es ist nicht seine Welt. Es ist nicht sein Kampf. Aber es ist seine Bestimmung. Mickey Mouse und Oswald. Zwei legendäre Helden. Außerwelt, um Wasteland zu retten. Bildet ein Team und entfesselt neue Kräfte. In einem Abenteuer groß genug für zwei. Disney-Mickey Epic. Die Macht der Zwei. Jetzt im Handel.